Bevor du dir dieses Video anguckst ein kleiner Disclaimer vorweg. Das hier ist keine Anlage oder Finanzberatung. Ich präsentiere euch auf meinem Kanal lediglich meine eigene Meinung. Ich bin kein Experte. Alle Infos in diesem Video dienen zur Unterhaltung und können absolut falsch sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Aktienkong. Wir sprechen heute über GameStop und AMC. Ich freue mich sehr, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast und mein neues Video anschaust. Vergewissere dich doch, dass du einen Daumen nach oben dalässt und wir starten direkt mit dem Video. Der Hedgefonds Barclays Capital wurde dabei erwischt, Bücher frisiert zu haben und falsche Informationen an seine Kunden weitergegeben zu haben. Die haben jetzt ein Schreiben von der FINRA bekommen. Und bevor wir darauf eingehen, wollte ich erstmal sagen, wer Barclays Capital ist. Barclays Capital verwaltet ein Vermögen von 127 Milliarden US-Dollar, was nicht gerade wenig ist. Gehört zu einer der großen Firmen am Börsen-Himmel. Und ich dachte mir, ich lese hier mal ein bisschen aus dem Schreiben vor. Hier wird natürlich erstmal beschrieben, wer Barclays Capital überhaupt ist und so weiter. Und dann steht hier, Barclays schickte Handelsbestätigung an Kunden, die ungenaue Informationen enthielten. Bestätigungsanforderungen, Handlungsbestätigungen schützten Anleger unter anderem, indem sie auf potenzielle Interessenskonflikte mit ihren Broker-Dealern aufmerksam machen und ihnen die Möglichkeit geben, die Bedingungen ihrer Transaktionen zu überprüfen und Transaktionskosten und die Qualität der Ausführungen ihrer Broker-Dealer zu bewerten. Und weiterhin heißt es, falsche Bestätigung von Barclays von November 2008 bis heute verschickte Barclays an Kunden schätzungsweise 270 Millionen Handelsbestätigung, die seine Ausführungskapazität 165 Millionen, den Preis für den Kunden 77,8 Millionen, 6 das Handelszentrum der Ausführung 24,8 Millionen oder ob genau offengelegten, der Handel wurde zu einem Durchschnittspreis 2,6 Millionen ausgeführt. Diese Ungenauigkeiten wurden durch 11 zugrunde liegenden Probleme verursacht, die jeweils über einen Zeitraum von 5,5 bis 12 Jahren bestehen blieben. Seit 2008 also manipulieren sie quasi den Markt. Enthaltende Probleme 7 separate Programmierungsprobleme, die zusammen zwischen November 2008 und Oktober 2021 zu falschen Kapazitäten bei geschätzten 82,65 Millionen Bestätigungen führten. Diese Probleme wirkten sich auf bis zu 13% der Aktienkundenbestätigung des Unternehmens aus. Ein Fehler bei der Offenlegung, der von Dezember 2009 bis August 2018 zu ungenauen Kapazitäten bei geschätzten 82,35 Millionen Bestätigungen, was etwa 18% der Aktienkundenbestätigung des Unternehmens entspricht, führte Ein Konfigurationsproblem, das von Januar 2012 bis April 2021 bei schätzungsweise 77,8 Millionen Bestätigungen, was etwa 16% der Kundenbestätigung für Aktien des Unternehmens entspricht, zu falschen Kundenpreisen führte. Eine Kodierungsänderung, die zu falschen Marktzentren führte, bezieht sich auf schätzungsweise 24,8 Millionen Bestätigungen, was etwa 5% der Aktienkundenbestätigung des Unternehmens ausmacht. Von Juni 2009 bis Juli 2018 und ein Missverständnis der aufsichtsrechtlichen Leitlinien, das dazu führte, dass die Firma Trades, die in Einzelausführungen zu Einzelpreisen getätigt wurden, bei geschätzten 2,6 Millionen Bestätigungen von mindestens Dezember 2009 bis heute, fälschlicherweise als Durchschnittspreisausführungen identifizierte. Ja, also die haben einfach die falschen Preise an die Kunden weitergegeben, was bedeutet, die kaufen vielleicht Aktie A für 5 Dollar und sagen dem Kunden, dass sie 6 gekostet hat und das betrifft sehr, sehr viele Interaktionen. Das Schreiben geht hier noch weiter, bla bla bla, was sie hier nicht noch mehr alles an den Kopf geschmissen bekommen, beziehungsweise vorgeworfen bekommen, aber ich wollte darauf eingehen, weil das ja genau das ist, worum es hier geht bei den Memestalks und zwar offensichtliche Manipulation und die Strafe soll hier wieder 2,8 Millionen Dollar sein. Was glaubt ihr, wie viel Geld die mit dieser Manipulation verdient haben? 2,8 Millionen, da lachen die sich tot. Die lachen sich da einfach drüber tot. Das ist wie, als wenn du 2000 Euro im Monat verdienst, 2 oder 3 Cent zahlen musst. Mehr ist das nicht für die. Ja, unfassbar, aber das ist halt das, worum es geht. Und deswegen wollte ich auch nochmal auf eine Seite zurückkommen, die von der GameStop Community entwickelt worden ist, beziehungsweise das System, was sie da benutzen, das DRS, das ist ja nicht von denen, das benutzen auch hochrangige Firmen, wie zum Beispiel Apple, Microsoft, Tesla, Amazon und Co. Euch ist die Seite vielleicht auch geläufig, aber ich hatte sie mir noch nicht so im Detail angeguckt und hier wird im Prinzip alles erklärt, worum es hier bei der ganzen Geschichte geht, warum die hier auf DRS zurückgreifen, wie Short Selling funktioniert und so weiter. Und da kann man hier, falls man die ganzen Sachen schon weiß, einfach die nächste Sektion skippen, was ein Short Squeeze ist, genau, was mit GameStop genau passiert. Und das hier, das fand ich sehr interessant, da haben sie eine schöne Grafik gemacht, warum der Float hier, also je mehr DRS wird, die Aktien von GameStop, ist der Float irgendwann komplett locked. Sie können es jetzt quasi noch nicht beweisen, dass die ganzen Naked Shorts und so weiter und FTDs bestehen, weil dafür müsste man hier den kompletten Float locken. Hier sieht man ETFs, hier sieht man bei ETFs, das ist ja das, was, ach so, oh, das wollte ich gerade gar nicht, aber sehr interessant zu sehen, hier kann man das auch alles ausblenden. Genau, ETFs hier in gelb, wie viel vom Float quasi für die ETFs schon gelockt ist, die Mutual Funds, die Insider, die Institutional, also die Hedgefonds, die hier bei GameStop drin sind und das ist die DRS, das ist das von den Privatanlegern, was bereits gelockt ist und das ist das, was vom GameStop Float noch übrig ist. Also sollte man hier alles locken, dann könnte man definitiv beweisen, dass dort Naked Shorting betrieben wird. Genau, darum geht es. Ist einfach Wahnsinn, was die hier auf die Beine gestellt haben. Sehr, sehr interessant. Ist eigentlich nicht so schwer zu finden. Gebt hier einfach bei Google DRS GMI ein und das war's. Dann, was ein bisschen diese Theorie nochmal befeuert, GameStop hier, Utilization, 100 Tage am Stück, laut Ortex sind die hier auf 100%, das heißt eigentlich gar keine Aktien zu verleihen. Ja, das ist entweder der Definitivbeweis dafür, dass hier Naked Shorting betrieben wird oder dass die Institutionen unter sich die Aktien verleihen. Was haltet ihr für wahrscheinlicher? Dann gibt es hier noch von Kat Stryker, falls ihr die Dame nicht kennt, die setzt sich hier sehr für die AMC-Community ein. Das ist einer der, sag ich mal, bekanntesten Akteure und die hat jetzt wieder ein Schreiben von einem Anwalt bekommen und zwar geht es darum, dass sie wieder ein Flugzeug starten lassen hat mit einem Banner, wo drauf steht, dass Ken Griffin unter Eid gelogen hat und jetzt hat sie von Citadel einen Mahnbescheid bekommen, dass er ja nicht unter Eid gelogen hat und ja, bla bla bla, zeigt aber wieder nur, wie wichtig denen das ist, also wieso sollten die da hinterher gehen, wenn an der ganzen Sache nichts dran ist. Dann AMC, hier leicht grün an einem Freitag, oft ungewöhnlich, ging hier mal direkt drauf auf über 14 Dollar, mal gucken, wie der weitere Tag sich entwickelt. Für die Calls wäre es natürlich wichtig, hier über 14 Dollar zu schließen, dann wären wir hier bei 40.000, 45.000 Calls, die in the money sind. Je höher der Preis natürlich, hier sind noch sehr viele out the money, sehr wahrscheinlich höher, wenn nicht sogar sehr viel höher als 14 Dollar, aber ja, so recht kann man das ja nicht beeinflussen, wie ihr wisst, außer ein paar nachzukaufen, könnt ihr ja nicht viel mehr tun. Ja, das war's mit dem Video, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, stoppt die Manipulation, stoppt die Manipulation, wir wollen alle reich werden und stellt euch vor, alle, die da bei GameStop und AMC kräftig investiert sind, die sehen auf einmal 5-stellige Prozentzahlen im Plus, falls das irgendwann mal losgeht mit dem Squeeze, wäre das nicht herrlich, dass manche Leute eventuell schon ausgesorgt hätten und von dem Kapital oder von Dividenden leben könnten. Ein Traum, ich hoffe, es geht hier für einige Leute in Erfüllung, ich wünsche euch da sehr viel Glück und drücke euch definitiv die Daumen. Zeig deine Dankbarkeit doch mit einem Daumen nach oben und einem Abo, falls du das noch nicht getan hast und Kommentare sehe ich auch sehr gerne, ihr seid hier sehr fleißig, da bin ich sehr dankbar und auch sehr stolz, dass ich euch ein bisschen mehr Wert bieten kann und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.